Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup DNA. Heute haben wir ein besonderes Setup, denn auf der einen Seite unser CEO von 10xDNA, Jens, ist dabei und wir haben auch einen Gast, Jan von Palantir, was ja eine der größeren Positionen in unserem 10xDNA-Fonds ist. Heute haben wir ja die Chance, vielen Dank dafür, dich quasi sozusagen zu löchern und ganz, ganz viel über Palantir zu erfahren. Aber erstmal, wie immer, wer bist du und was machst du? Stell dich doch mal kurz vor. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Erstens, Jan Hieserich. Ich bin bei Palantir unter anderem dafür zuständig, den deutschen Markt zu entwickeln. Ich kümmere mich natürlich im Laufe dessen um eine ganze Reihe von Themen. Also Salesaufbau ist ein Thema, die Go-to-Market-Strategie ist ein Thema. Ich war vorher bei der SAP, davor lange Zeit in der Beratung tätig. In welcher? Darf man das sagen? Ja, Finsbury Global Haring. Ich habe mich fokussiert auf das Thema CEO-Kommunikation. Ich habe dazu auch zwei Bücher geschrieben und komme im Übrigen auch aus Bonn. Vielleicht gar nicht so verkehrt, um Rande zu erwähnen. Das ist einfach doch manchmal wunderbar. Power-Fälle. Und ja, jetzt wollen wir natürlich noch ganz tief einsteigen und viel lernen und deswegen erstmal Jens, over to you. Wie können wir in Palantir einsteigen und unsere Zuhörer mitnehmen? Ja, sehr gerne. Ich glaube, wir müssen auch ein Stück weit wirklich basic anfangen, weil selbst mir, ich habe mich jetzt sehr, sehr tief in das Unternehmen eingegraben über Zeit, aber ich glaube, es ist vielen Leuten überhaupt gar nicht klar, was Palantir macht, was Palantir überhaupt für Produkte hat. Aber vielleicht fangen wir erstmal noch ein Stück davor an. Um Palantir ranken sich ja so einige Mythen. Palantir ist von der CIA als erster Finanzgeber sozusagen finanziert worden. Kein Kommentar. Ja, genau. Palantir soll bei der Gefangennahme von Osama Bin Laden geholfen haben, hat US Special Forces im Einsatz unterstützt und so weiter und so fort. Sehr enge Zusammenarbeit mit Regierungsorganisationen. Aber vielleicht kannst du das vielleicht für uns mal so ein bisschen entmystifizieren und ein bisschen vom Hintergrund der Geschichte und dem Aufbau des Unternehmens über die, ich glaube, letzten 18 Jahre sprechen. Ja, sehr gern. Also tatsächlich ranken sich darum sehr viele Mythen und wir können auch tatsächlich nicht alles kommentieren, aber zur Genese kann man so viel sagen, weil es ist sehr wichtig, das zu verstehen, um später unsere Produkte zu verstehen und auch den Mehrwert der Produkte zu verstehen. Die Idee kam 2003 zustande, als es um die Nachwesen von 9-11 ging. Was natürlich in Amerika, wie für uns alle, glaube ich, damals ein großer Schock war, wie sowas hat überhaupt passieren können. Und da hat man sich gefragt, okay, können wir oder man hat dann im Nachgang in der Aufbereitung festgestellt, dass das Problem gar nicht so sehr war, dass es nicht Anhaltspunkte gegeben hätte, sondern also die Daten, wenn man so will, waren da. Aber das Problem lag eher darin, dass die Daten entweder nicht ausgetauscht wurden, sie waren nicht zugänglich etc. pp. Also es gab unterschiedliche Herausforderungen. Datensilos quasi. Datensilos, genau. Unklare Berechtigungsverhältnisse und so weiter. Und damals haben sich dann… Vielleicht kann ich hier ganz kurz auch mal einbringen für unsere Hörer. Das heißt, Daten sind wertvoll, aber heutzutage oftmals sind sie in einzelnen sehr proprietären Systemen. Da gibt es zum Beispiel große Datenbankanbieter wie Oracle, kann aber auch Open Source, PostgreSQL, MySQL oder können auch Excel-Tabellen oder Google Spreadsheet sein. Und die meisten Daten, wenn wir zum Beispiel auch mit großen Unternehmen arbeiten, ist halt das Problem, dass man diese Datensilos hat. Das heißt, die kennen sich einfach gar nicht gegenüber. Und wenn der Kunde da drin ist und der andere Ding auch drin ist, dann heißt das nicht, dass das irgendjemand weiß, dass das der Kunde ist. Und das ist jetzt, das kann ich natürlich nicht kommentieren, aber es war anscheinend hier der Fall, dass bei 9-11, diesem schrecklichen Attentat, Daten vorhanden waren, aber auch wieder in komplett getrennten Systemen und in einer nachfolgenden Analyse, man gesagt hätte, hätte man die Daten verbunden, dann hätte man eventuell das verhindern können. Genau. Und das ist leider nach wie vor immer noch ein großes Problem. Wir haben das in Berlin mit Andis Amri erlebt. Können wir gleich auch nochmal ganz kurz was zu sagen, weil das Grundproblem dort genau das gleiche war. Auch dort hätte man wahrscheinlich zu dem Schluss kommen können, dass hier eine unmittelbare Gefahr bevorsteht, wenn Daten zugänglich gewesen wären. Und das waren sie nicht. Und im Nachgenann von 9-11 haben sich dann die Gründer von Palantir gefragt, wie können wir das ändern? Wie können wir sicherstellen über eine effektive, performante Datenanalyse, dass solche Dinge sich nicht wiederholen? Und man hat dann angefangen, bewusst im Regierungsbereich. Das hat enorme Herausforderungen mit sich gebracht. Wir hätten, glaube ich, deutlich leichter einsteigen können ins Geschäft, wenn wir den Weg klassischer Silicon Valley Firmen eingeschlagen hätten. Also tatsächlich auch sehr früh schon auf Monetarisierung von Daten gesetzt hätten, was wir, um das gleich vorwegzunehmen, wir monetarisieren keine Daten. Aber nein, das Ziel war wirklich langfristiger Art. Also wir haben eher kurzfristig auf Gewinne verzichtet, weil wir gesagt haben, wir wollen langfristig genau diese strukturellen Probleme beheben. Und das erfordert zunächst mal ein enormes Invest. Da kommen wir her. Wir haben dann lange Zeit für Regierungsorganisationen gearbeitet, auch das amerikanische Militär. Das wirft man uns manchmal vor, aber es bringt auch nichts, das zu verheimlichen oder so zu tun, als wäre es nicht so, weil wir dort wahnsinnig wichtige Lektionen gelernt haben, die im Übrigen auch für den Corporate-Bereich sehr, sehr relevant sind. Also ich will nur mal drei Dinge erwähnen, die zentral sind, um unsere Produkte zu verstehen, egal ob Foundry, Gotham, unabhängig davon. Also wenn man sich in diesem Feld bewegt und Produkte baut, die im wahrsten Sinne des Wortes im Einsatz zur Anwendung kommen, dann ist es vollkommen klar, dass diese Produkte bestimmten Anforderungen genügen müssen. Also sowas wie Minimal Viable Product gibt es bei uns nicht, weil das Letzte, was man will, ist, dass ein Soldat im Feld steht und plötzlich dreht sich die Eieruhr. Das funktioniert nicht, das darf nicht sein. Es muss hochperformant sein. Es muss denjenigen, der im Feld steht, intuitiv zugänglich sein. Er muss damit arbeiten. Es sind ja keine ITler, die in der Regel im Feld stehen. Und es muss dazu beitragen, dass die Organisation als Ganzes lernen kann. Also mit jeder Entscheidung, die getroffen wird, die nächste Entscheidung hoffentlich besser ist. Also man hat ein sogenanntes Appreciating Dataset. Das sind die drei Punkte, die für uns unverhandelbar waren, ganz früh schon. Und die heute auch zentral sind, um unsere Produkte, egal ob im Corporate-Bereich Foundry oder im Regierungsbereich Goffin, zu verstehen. Können wir gleich noch was zu sagen, was das bedeutet. Aber das ist sozusagen die Genese, da kommen wir her. Und vielleicht noch ein Satz zum Thema Daten. Wir sagen immer Daten, Data as an Asset, Data as a new oil und so weiter und so fort. Daten für sich genommen sind absolut unproduktiv. Und es reicht nicht, Daten in ein Data Lake zu schmeißen oder in ein Data Warehouse und irgendwie zu erwarten, dass das dann produktiv wird auf irgendeine Art und Weise. In der Regel, in der Praxis ist es sogar das Gegenteil der Fall, weil an Daten mangelt es ja nicht. Und wir sehen exponentielles Datenwachstum, was eine neue Form der Komplexität ja wieder mit sich bringt. Das heißt, es geht mehr darum, welche Daten sind denn eigentlich für mich wirklich relevant und wie kann es gelingen, diese Daten zu managen, sodass ich sie produktiv machen kann. Also, verstanden. Ich glaube, es ist für viele Zuhörer wahrscheinlich immer noch schwer greifbar, was jetzt genau das Produkt ist. Und wie gesagt, ich nehme mich da ja gar nicht aus. Nach vieler langer Arbeit habe ich es, glaube ich, mittlerweile ganz gut verstanden. Hoffe ich zumindest. Aber vielleicht kannst du nochmal erklären, du hast auch schon Gotham und Foundry angesprochen. Also Gotham, nach meinem Verständnis, das Produkt, was aus dem Regierungshintergrund kommt und überwiegend noch auch von Regierungsorganisationen eingesetzt wird. Und Foundry jetzt das neuere Produkt, was insbesondere von Unternehmen eingesetzt wird. Aber vielleicht kannst du nochmal sagen, was ist das Produkt eigentlich? Und dann vielleicht auch nochmal kurz in die Unterscheidung gehen. Ja, also grundsätzlich muss man sagen, wir bauen Softwarelösungen für die Integration, die Analyse und die Operationalisierung von Daten. Und das auf eine sehr performante Art und Weise. Und ich betone bewusst die Integration, die Analyse und die Operationalisierung, weil sehr häufig der Fokus gelegt wird auf eins dieser Dinge. Das ist aber aus verschiedenen Gründen falsch und nicht richtig. Sage ich gleich was zu. Also was meinen wir mit Integration, Analyse, Operationalisierung von Daten? Denn das betrifft beide Plattformen. Und ich kann gleich noch was zu den Unterschieden sagen. Aber in der Form gleichen sich beide. Fange ich mit der Integration an. Datenintegration ist eine enorm komplexe Aufgabe und ist wahnsinnig unsexy. Deshalb wird so wahnsinnig selten darüber gesprochen. Wir sprechen lieber über alles, was auf Basis einer guten Datenintegration funktioniert. Also zum Beispiel AI oder irgendwelche fancy Models, die mittels der Daten dann erarbeitet werden. Aber all das kann nicht funktionieren, wenn die Daten nicht einmal sauber, vollumfassend und auch sicher integriert sind. Das heißt, ich habe ein SAP, da sind meine Daten drin. Ich habe einen Hubspot, da mache ich mein Marketing. Ich habe vielleicht sogar noch irgendwelche Google Docs oder andere Spreadsheets. Ich habe vielleicht auch statische Daten in CSV-Dateien noch und ganz viele andere Datenquellen. Und die quasi, das ist eine Stärke von Palantir, diese anzubinden und das auf der einen Seite schnell zu machen, aber auch sehr breit anzubinden, dass ich dann alle Daten verfügbar habe. Wir haben ja auch nochmal dankenswerterweise eine Produktdemo auch bekommen. Da hast du ja gezeigt, wie schnell heutzutage SAP anbindbar ist. Was früher halt Tage gedauert hat, dauert jetzt Monate. Monate, Monate. Genau, weil es ist einfach ein komplexes Ding und das kann man jetzt bei euch quasi in einer Stunde oder ich weiß nicht genau. Ja, also es kommt ein bisschen auf den Anwendungsfall an, aber es geht sehr, sehr schnell. Und genau, das ist ja glaube ich, das meinst du damit. Das heißt, man sagt, man hat diese ganzen verschiedenen Systeme, die wir alle ja, selbst mit unseren kleinen Unternehmen haben wir ja ganz viele Daten schon. Aber natürlich kann man sich einen Volkswagen oder einen Airbus oder ein Government oder was auch immer hat ja tausende wahrscheinlich von diesen Datenquellen. Und das integriert dann Palantir in ein Dataset oder einen Datalayer oder wie immer. Genau. Und das ist die unverhandelbare Voraussetzung dafür, dass ich zu dem komme, was im Militärischen genannt wird, Common Operating Picture. Also ein allgemeines Lagebild, wenn man so will, auf dessen Basis ich überhaupt mal in der Lage bin, eine wirklich fundierte Entscheidung zu treffen. Auch da wieder der militärische Bezug, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das für Unternehmen gleichermaßen wichtig ist. Und heutzutage werden Entscheidungen häufig getroffen auf Basis einer unzureichenden Erkenntnisbasis oder auf einer Basis von einzelnen Datenquellen. Aber nicht. Es gibt ganz selten ein vollumfängliches Lagebild, auf deren Basis ich dann eine Entscheidung treffe. Egal, ob es eine Entscheidung am Band ist, also wenn wir jetzt den Arbeiter nehmen, der für die Qualitätskontrolle bei einem großen deutschen Autobauer zuständig ist. Oder ob es die C-Suite ist, die strategische Entscheidungen treffen muss. Im Idealfall tue ich das natürlich auf einer bestmöglichen. C-Suite gleich die ganzen Executives, Vorstände und so weiter. Du bist natürlich jetzt sehr oft unterwegs und sprichst auch mit den Entscheidungsträgern, also das ist die C-Suite. Genau, also die Entscheider richtig im Unternehmen oder wir machen da kein, für uns sind eben auch die Arbeiter am Band Entscheider, die darüber entscheiden, welches Bauteil jetzt verbaut wird. Häufig ist es ja so, dass man kaum einen Einblick darüber hat, wie sich dieses Bauteil dann später auch in der Realität bewährt. Und umso mehr Einblick ich darin habe, wie zuverlässig dieses Bauteil ist, desto besser kann ich natürlich Entscheidungen treffen. Aber die Datenintegration aus möglichst vielen Quellen, strukturiert, unstrukturiert, genauso aus Excel-Tabellen, du hast es genannt. Es gibt eine, also allein da liegt eine immense Komplexität drin, das zu verbinden. Das ist aber die Grundvoraussetzung, um eine solche Lagebeurteilung zu machen. Das ist die Integration. Aber nur der erste Schritt. Das ist nur der erste Schritt, genau, richtig. Das können andere, wobei Datenintegration ist tatsächlich schon unser Stronghold, also da sind wir besser als alle anderen, weil wir in der Lage sind, eben auch die komplexesten, schwierigsten Daten zu integrieren. Gerne in die Kommentare, wenn ihr das anders seht, denn wir wollen ja auch immer gechallenged werden. Ja, gerne, ja. Aber beispielsweise eine Form der unstrukturierten Daten sind sogenannte Time-Series-Data, Sensordaten. Also wenn ich jetzt daran denke, ein Flugzeug, das in der Luft ist, sendet, produziert permanent Daten. Nehmen wir eine Pitot-Röhre für die Geschwindigkeitsmessung, produziert Daten. Diese Daten sind hochgradig unstrukturiert, hochfrequent. Hochfrequent, das zu integrieren, ist wahnsinnig schwierig. So, und wir können das alles integrieren mit dem Ziel, ein sogenanntes Common Operating Picture, eine bessere Lagebeurteilung zu schaffen, auf deren Basis dann der Entscheider, wie gesagt, egal wo er ist, bessere Entscheidungen treffen kann. Das ist aber nur das eine. Die Analyse ist dann der zweite Schritt. Also ich will ja was mit den Daten machen. Ich will sie ja produktiv machen. Das bedeutet, was mache ich damit? Ich will sie so zur Verfügung haben, dass ich als Endanwender, als Entscheider darin nicht nur Muster erkennen kann, sondern auch dem Ganzen einen Sinn geben kann und auf der Basis bessere Entscheidungen treffen kann. So, das bringt schon wieder neue Herausforderungen mit sich, weil nicht jeder ist ITler. Nicht jeder kann sozusagen mit Rohdaten umgehen, wie gut auch immer sie integriert sind. Die aller, allermeisten von uns sind es nicht. Das heißt, ich muss mir sehr genau Gedanken darüber machen, wie gestalte ich eine User Interface? Wie schaffe ich eine Software, die es wirklich auch dem Unerfahrensten ermöglicht, sich in der Software wiederzufinden? Da kommen wir rein mit unserer Ontologie. Dazu übrigens Respekt. Das ist ja einer meiner, was ich echt gerne mache, User Experience. Und das sieht echt alles sehr gut aus, was ihr da macht und sehr strukturiert. Das ist natürlich immer noch ein komplexes Interface. Also ist jetzt kein total einfaches wie ein E-Mail-Client. Aber das hat mich auch nochmal echt positiv überrascht. Das ist echt, also auch hier Greetings an euer UX-Team. Das macht Spaß. Gut gemacht. Ja, da fließt natürlich wahnsinnig viel Erfahrung aus dem Feld rein. Also wirklich dann eben mit den Entwicklungsarbeit, mit den Anwendern, egal wo sie sind. Weil am Ende haben wir festgestellt, die Tech-Branche leidet massiv unter Shelfware. Das heißt, Software wird teuer eingekauft, sie wird aber dann nicht genutzt. Und so, das führt häufig dazu, dass sich eine Schatten-IT aufbaut. Und am Ende hat man nicht nur 22 Legacy-Systeme, sondern auch noch andere. Wenige Meter von hier. Ein Freund von mir, André Christ, hat Lean iX aufgebaut, die genau das machen. Die analysieren quasi nur, welche Software, mit welchen Versionen ist eigentlich im Einsatz. Und oftmals stellen die fest, dass die ganz viele Systeme einfach bezahlen und gar nicht eingesetzt werden. Absolut. Ja, das ist ein Riesenthema. Und für mich ist das einer der entscheidendsten Kriterien, um digitale Transformation überhaupt gewährleisten zu können. Es reicht ja nicht, eine Entscheidung zu treffen, die dann eben im Vorstand getroffen wird. Und dann hofft man, dass sich das irgendwie verselbstständigt. Passiert nicht. Wenn die Leute es nicht anwenden, weil sie entweder den Mehrwert darin erkennen oder weil es ihnen zugänglich gemacht wird, dann kann man es gleich sein lassen, ehrlicherweise. So, das heißt, also da fließt wahnsinnig viel Entwicklungs- oder ist wahnsinnig viel Entwicklungsarbeit reingeflossen, dass man denjenigen, die dann die Entscheidung treffen, es so einfach und zugänglich wie möglich macht, dann auch auf Basis einer fundierten Analyse eine Entscheidung zu treffen. Und operationalisieren, das ist der dritte Punkt, also wir haben Integration, wir haben Analyse und Operationalisierung, ist, und da schließe ich mich wieder an bei dem Common Operating Picture, Es reicht ja nicht, wie in den allermeisten Fällen, dass irgendwelche Dashboards gebaut werden. Also ich habe Snowflake für Data Warehousing, das schicke ich dann per Airflow an Tableau beispielsweise. Und dann habe ich eine Analyse da stehen und keiner weiß, was passiert damit. Da werden häufig PDF-Reports kreiert und dergleichen. Das ist ein Riesenproblem, weil das Wissen, was dann sozusagen durch die Entscheidung generiert wird, das ist nirgendwo nachgehalten. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Entscheidung, die getroffen wird, auch in der Plattform verbleibt. Und die daraus resultierende Konsequenz. Die dadurch resultierende Konsequenz und natürlich auch der Einblick, hat das funktioniert, hat das nicht funktioniert. Weil nur dadurch schaffe ich das, was für uns wahnsinnig wichtig ist, nämlich ein sogenanntes Appreciating Dataset. Das heißt, mit jeder Entscheidung, die ich treffe, wird das Datenset, was dem zugrunde liegt, wertvoller. Das Learning, das Lernen verbleibt in der Plattform und geht dann eben nicht mit Köpfen nach Hause oder verlässt das Unternehmen oder ist in irgendwelchen Subsystemen oder dergleichen. Also jede Entscheidung, die getroffen wird, verbleibt in der Plattform und wertet wiederum das Datenset auf. Das ist wahnsinnig wichtig. Und das kann so in der Vollumfänglichkeit kein anderer. Okay, vielleicht kannst du noch einmal direkt anschließend daran irgendwie ein Beispiel machen, wo ihr das jetzt einmal eingesetzt habt. Ich gehe davon aus, du hast wahrscheinlich eher ein Foundry-Beispiel, jetzt im Unternehmenskontext. Aber genau, also up to you. Ja, also vielleicht, wir können ja ganz kurz Goffem. Ja, genau, vielleicht das noch einmal klarstellen, das wäre super. Also wie unterscheiden sich Goffem und Foundry von dieser grundsätzlichen Arbeitsweise, die ich gerade skizziert habe, sind beide gleich. Goffem ist nochmal sehr viel stärker auf einen, wenn man so will, definierten Use Case spezialisiert, nämlich die Investigation wird sehr häufig eingesetzt von Polizeibehörden. Wir arbeiten in Deutschland ja auch mit der Polizei in Hessen und Nordrhein-Westfalen zusammen. Und das ist auch sehr erfolgreich. Aber weltweit haben wir über 80 Regierungsbehörden in 23 Ländern, die mit uns zusammenarbeiten. Die Daten zieht die von verschiedenen Quellen zusammen und dann sagt er zum Beispiel, bei dieser Person sollte man eventuell mal genauer drauf gucken, weil die hat Muster, die, genau, das ist natürlich auch ein heiß diskutiertes Thema und das ist auch schwierig. Auf der anderen Seite, sage ich mal, liegt mir auch die Sicherheit von uns allen am Herzen und das, genau, dann muss man immer abwägen, aber einfach zu sagen, hey, wir nutzen halt keine Technologie, wir nutzen die Daten nicht und dann gibt es halt eben Anschläge oder irgendeiner ermordet halt noch ein Kind mehr, ist auch ein Problem. Und genau, das wird sicherlich auch zu Recht immer wieder intensiv diskutiert. Ja, absolut. Also wir können ja später noch zum Thema Datenschutz und unsere Auffassung dazu sprechen, weil das ein Kernthema ist und im Übrigen immer Kernbestandteil unserer Software war. Also man wirft es uns ja häufig vor, dass wir für Geheimdienste und Militärs arbeiten und gleichermaßen wirft man uns vor, dass wir es mit Datenschutz nicht so ernst meinen. Ich kann euch eins garantieren, kein Militär, kein Geheimdienst dieser Welt würde jemals zulassen, dass man Daten monetarisiert, Nummer eins. Und jedes Militär, jeder Geheimdienst, der zumindest seinen Job ordentlich macht, legt wahnsinnig viel Wert auf Datenschutz und Sicherheit. Wir sind deutlich strenger zertifiziert als alle unsere Wettbewerber. In den USA erfüllen wir die Anforderungen des Verteidigungsministeriums Level 5. Wir sind da bei uns für das höchste Level 6 zu qualifizieren. Google kommt auf 2. Nur mal um ein Beispiel zu nennen, wie hoch die Sicherheitsanforderungen an Palantir sind, die wir uns selber im Übrigen auch geben. Also die Erwartungen sind da enorm hoch. Aber vielleicht ganz kurz zu Gofim. Ja, also ein klassischer Fall wäre eben Anis Amri in Berlin, wo eigentlich alle Informationen zur Verfügung standen, wo diverse Alarmsignale hätten losgehen müssen, weil sich Anis Amri bekanntermaßen unter leicht veränderten Namen durchaus auch häufiger registriert hat. Das hätte auffallen müssen. Ist nicht aufgefallen, weil diese Information in verschiedenen Datensätzen lag oder über verschiedene Behörden hinweg lag. Und mit unserer Software ist es jetzt möglich, immer unter Berücksichtigung, das ist mir ganz wichtig zu betonen, der rechtlichen Regularien und Vorgaben. Also es ist nicht so, dass man sozusagen mit Gofim alle Datenquellen integriert und dann habe ich plötzlich Zugang zu Daten, zu denen ich nicht rechtmäßig Zugang habe. Das ist sehr klar geregelt und da erfüllen wir alle Vorgaben. Aber ganz konkretes Beispiel aus Nordrhein-Westfalen. Da ist es beispielsweise mittels der Software gelungen, einen Kopf eines Kinderschönderings zu entlarven über eine sehr unverdächtige Situation. Sein Auto wurde auf dem Firmengelände beschädigt. Er hat eine Anzeige erstattet, hat im Rahmen dieser Anzeige eine Telefonnummer hinterlassen. Diese Telefonnummer war in anderer Hinsicht auffällig geworden, aber diese Telefonnummer wurde angemeldet mit falschem Namen. Das heißt, sie konnte nicht zugeordnet werden. Jetzt über die vollkommen unbezogene Situation, dass dort ein Versicherungsfall angemeldet wäre, konnte eins und eins zusammengeführt werden und der Ring gesprengt werden. Und solche Dinge erleben wir häufig. Da ist zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Weise Datamining betrieben worden oder gleich. Nein, es geht einfach nur darum, dass ich es Ermittlern ermögliche, das zu tun, was sie originär tun sollen, nämlich intelligente Nachfragen zu stellen, aber das plötzlich mit einem Zeitgewinn. Weil im Augenblick ist die Situation leider so, muss man sagen, dass 80 Prozent, und das ist nicht meine Zahl, das kommt aus den Sicherheitsbehörden, 80 Prozent der Zeit, die Ermittler darauf verwenden, die Daten zusammenzusuchen und 20 Prozent der Zeit darauf verwenden, wirklich investigativ dann tätig zu werden. Wir wollen das umkehren. Unser Ziel ist es wirklich zu sagen, das geht mit unserer Software. Ihr solltet nur noch 20 Prozent eurer Zeit darauf verwenden, Daten zu integrieren und zu finden. Und ihr solltet 80 Prozent eurer Zeit darauf verwenden, wirklich investigativ tätig zu sein. Das zu GoFim vielleicht. Also GoFim ist auf einen bestimmten Use Case zugeschnitten und die Workflows, die damit zusammenhängen. Also das heißt, das Ding läuft auch schon international, wenn du sagst gerade NRW und Hessen und andere. Das heißt aber auch in den USA natürlich, das ist ja der Hauptpunkt. Aber ist es auch in Asien zum Beispiel schon im Einsatz oder ist das… Nein, wir haben uns ja als Palantir ganz klar positioniert, was auch geostrategische Fragestellungen angeht. Wir sind mit dem Ziel gegründet worden, das ist nach wie vor unsere Mission im Englischen to solve the world's biggest problems. Also wir wollen die größten Probleme lösen, mit denen wir konfrontiert sind. Es sind häufig geostrategische Probleme, die natürlich eine ganze Reihe an Nachfragen provozieren und auch mit sich bringen und die auch debattenfähig sein müssen. Im Übrigen mal nur eine Randbemerkung. Es gibt kein Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, was mehr über diese Dinge debattiert wie Palantir. Also wir haben eine sehr starke Debattenkultur bei Palantir. Aber wir haben ganz klar gesagt, wir arbeiten nur für die Vereinigten Staaten und ihre Alliierten. Wir haben einen ganz klaren Wertekodex. Das heißt, wir arbeiten nicht für autoritäre Regime und Staaten. Und insofern sind wir im Augenblick sehr stark fokussiert eben auf die westliche Welt. So, dann zu Foundry. Ja, und Foundry. Okay, also Foundry, wie gesagt, gleiches Arbeitsprinzip, wie das ich eingangs skizziert habe. Foundry ist allerdings deutlich offener in der Art, als dass wir sehen, über Institutionen und auch Unternehmen hinweg eigentlich alle das Problem eint, dass sie Schwierigkeiten haben, das exponentielle Datenwachstum nicht nur zu managen, sondern eben, wie gesagt, auch produktiv zu machen. Das heißt, wie kann ich davon profitieren? Und das mit einer Schnelligkeit, die in der Zeit, in der wir uns bewegen, hochdisruptive Zeit, sehr krisenanfällige Zeit, da ist Schnelligkeit ein Wert an sich. Das heißt, umso schneller ich lernen kann, deshalb der Lernaspekt in der Plattform, umso schneller ich dann aber auch operationalisieren kann. Also es reicht ja nicht, Key-Learnings zu haben, sondern ich will sie auch so schnell wie möglich operativ umsetzen. Desto höher dann auch der Produktivitätsgewinn oder Wettbewerbsvorteil. So, Foundry ermöglicht dir das. Foundry schafft es eben, du hast es eingangs erwähnt, nicht nur über, wir nennen das Software-Defined-Data-Integration. Daten in wirklich Stunden bis Tagen, je nachdem, worüber wir reden. Unsere Plattform ist in der Lage, wirklich petabyte an Daten zu integrieren. Das zu integrieren, also das, was Software-Systemintegratoren in der Regel über Monate machen, wenn wir alleine über SAP reden. Und da rede ich jetzt noch nicht über all die anderen Dinge. Also schnelle Datenintegration, diese Daten müssen ja, es reicht ja nicht, sie zu integrieren. Sie müssen gereinigt werden, dann fängt man an mit Modeling, was will ich mit den Daten eigentlich machen und macht sich Gedanken über Use Cases. Aber wenn ich dann einmal an dem Punkt bin, also es geht nicht nur darum, die Daten zu integrieren, sondern es geht eben, wie gesagt, auch darum, dem Ganzen einen Sinn zu geben und sie zugänglich zu machen. Insbesondere, wenn es darum geht, sie in der Breite zugänglich zu machen. Das heißt, ich habe nicht nur mein IT-Debatment, das darauf Zugriff haben soll, das geht natürlich auch, sondern im Idealfall will ich ja, will ich es operationalisieren. Das heißt, alle across the board, wenn man so will, im Unternehmen sollen, sollen in der Lage versetzt werden, damit zu arbeiten. Das heißt, wir schaffen eine Ontologie. Was ist eine Ontologie? Eine Ontologie ist, dass ich die Daten, ist ein Datenmodell, aber ich bereite die Daten so auf, dass sie deiner Lebenswirklichkeit entsprechen. Das heißt, du findest dich, du hast keine Tabellen, mit denen du arbeitest, sondern du siehst genau, okay, ich bin jetzt beispielsweise für die Qualitätssicherung beim Automobilhersteller zuständig. Ich sehe, hier ist mein Arbeitsbereich, hier ist das Werk, ich kann rauszoomen, hier sind mehrere Werke. Ich habe die Supply Chain meiner zu verarbeitenden Teile vor Augen. Ich kann sehen, wann kommt es zu Lieferengpässen, das heißt, ich kann jetzt schon reagieren, auf Alternativen umsteigen, etc. Dieses Konzept der Ontologie, das ist einzigartig zu Palantir. Ich muss kein IT-Spezialist sein, um damit zu arbeiten. Und im Übrigen durch Low-Code, No-Code kann ich als, wenn ich sage, ich arbeite seit 20 Jahren am Band, ich habe eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was ich hier will und was mir helfen würde, kann ich über Low-Code, No-Code eigene Applikationen bauen und sie im System produktiv machen. So, soviel vielleicht mal ganz kurz zu Foundry. Was sind jetzt, also wie sieht das in der Realität dann konkret aus? Nehmen wir das Beispiel Skywise, da hatten wir auch die Demo zu gezeigt. Skywise ist die Industrieplattform, die wir für Airbus gebaut haben. Auf Skywise arbeitet nicht nur Airbus als Flugzeugbauer, sondern auch über 120 Airlines, die ihre Daten teilen. Die Airbus wiederum beliefert. Die Airbus wiederum beliefert, genau. Und das an sich ist schon eine immense Herausforderung, weil ja nicht nur intern die Datenintegration schon ein Riesenproblem ist. Wenn ich jetzt anfange, auch noch über Organisationen hinweg Daten zu integrieren, dann habe ich es mit einer Komplexität zu tun, wie sie immens. Aber der mögliche Wertgewinn ist es genauso, weil plötzlich kann ich als Airline, ich will jetzt mal ein Beispiel nennen, Predictive Maintenance, als Airline nicht mehr nur auf meine Flotte zugreifen. Also wie verhalten sich meine, ich nenne jetzt mal eine fiktive Zahl, wie verhalten sich meine A350, ich habe vielleicht fünf an der Zahl, die in der Luft sind. Wie verhalten die sich und welche Daten kriege ich davon zurück und was kann ich da rein interpretieren, beziehungsweise wie kann ich auf der Basis sicherstellen, dass ich Predictive Maintenance überhaupt machen kann. Sondern plötzlich habe ich Einblick in die gesamte Airbus-Flotte über die 120, die gesamte A350-Airbus-Flotte über alle 120 Airlines hinweg. Sofern sie das denn teilen, müssen sie nicht, können sie aber. Und das gibt dir natürlich eine ganz andere Datenbasis. Damit kannst du deutlich besser arbeiten. Du erkennst Muster, die für Predictive Maintenance relevant sind. Und das übersetzt sich sofort in Kostenvorteil. Und nur mal über die Plattform genannt. Also Effizienz, ja, allein über Skywise in einem Jahr 1,7 Milliarden Euro an Kostenvorteilen, die dort geworben werden. Aber du kannst natürlich dann auf der Basis auch Geschäftsfeldinnovationen machen. Also es geht nicht nur um Bottomline, sondern es geht auch um Topline. Wenn ich bestimmte Dinge sehe, kann ich natürlich auch Geschäftsmodelle entsprechend anpassen oder entwerfen. Und da war zum Beispiel allein im letzten Jahr das Potenzial bei über 870 Millionen Dollar. Also es ist schon mal eine Hausnummer. Jetzt steht ihr ja mit Foundry nach unserem Verständnis noch relativ am Anfang. Also ihr kommt jetzt aus diesem Regierungskontext, habt da viele Jahre auch relativ erfolgreich, glaube ich, gearbeitet. Und jetzt steht irgendwie dieser, finden wir zumindest als Investoren spannend, dieser Foundry-Rollout eigentlich an. Wie läuft der so? Gut. Sehr gut. Nächste Frage. Vielleicht kann ich nochmal große Arbeit, also das Problem natürlich auch, warum, muss man auch fairerweise sagen, die Palantir-Aktie ja eigentlich eher niedrig bewertet ist, wenn man sie mit anderen Branchen, Snowflake und anderen vergleicht. Also dann sagt man der Aktienmarkt, okay, wie viel Umsatz machen die, wie viel Gewinn machen die und dann gibt es nun mal solche Malte-Pilze da drauf. Und wenn man das vergleicht, dann ist Palantir da eher sehr niedrig bewertet. Und die Antwort, die man im Markt hört, ist halt, ja, das ist halt eine Beratungsbude. Man sagt halt, die müssen halt jedes einzelne Projekt, da müssen die hunderte Leute hinschicken. Das ist eigentlich eher ein Berater als jetzt ein Software-as-a-Service-Play. Und deswegen ist es auch wie ein Beratungshaus bewertet. Was wäre dann deine Antwort? Dass das falsch ist, aber ich verstehe, wo es herkommt. Also um zu dem Punkt zu Foundry zu kommen. Also Foundry, tatsächlich, Foundry ist die jüngere Plattform. Gotham ist deutlich älter, eben aus diesem Ursprungsgedanken heraus entwickelt. Aber Foundry haben wir ganz bewusst entwickelt, weil wir gesagt haben, dass, wie gesagt, die Problemlage ja auch durchaus im Corporate-Bereich die gleich ist. Allerdings muss die Plattform dann eben auch für alle möglichen Workflows offen sein, um entsprechend dann auch Mehrwert generieren zu können. Das heißt, mit Foundry haben wir 2014 angefangen und haben unsere Lektionen gelernt. Und der Einspruch, den du vollkommen zu Recht bringst, das lag natürlich am Anfang daran, dass unsere Grundphilosophie immer war, dass wir mit unseren Kunden lernen. Also wir haben nie gesagt, wir bauen eine Datenplattform für Daten, weil Daten irgendwie wichtig sind. Sondern am Ende ist die Grundphilosophie immer gewesen, Decisions first, data second. Also ich muss erst mal wissen, wo ist überhaupt mein Problem, was ich lösen will. Und dann stelle ich natürlich intelligenterweise überhaupt erst mal die Frage, ist das ein Problem, was man mit einer besseren Datenbasis überhaupt lösen kann? Und wenn ich dann sage ja, dann geht es eben darum, okay, welche Daten brauche ich, wie integriere ich das und so weiter und so fort. Und das ist, genauso wie unser Sales Approach immer war, wir starten mit Use Cases. Das heißt, wir verkaufen nicht irgendwie für eine Milliarde Dollar ein Produkt und dann gucken wir mal, wie es läuft. Sondern wir sind immer hingegangen zu unseren Kunden und haben gesagt, gebt uns ein Use Case, ein Problem idealerweise, an dem ihr gerade knabbert. Airbus, gleiche, damals die Produktion des A350, ein Riesenproblem für Airbus. Und dann zeigen wir euch, was die Software kann in kürzester Zeit. Hat bei Airbus beim A350 innerhalb kürzester Zeit zu einer Verbesserung der Ertragslage von über 30 Prozent geführt. Und dann skalieren wir, dann wachsen wir daraus. Und das war eben der Punkt am Anfang. Ja, wir arbeiten mit Forward Deployed Engineers. Das ist das Konzept, was auch aus dem Militärischen kommt. Unsere Leute sind integriert. Die schauen sich den Alltag an, gucken sich an, okay, womit haben wir es zu tun? Wie stellt sich denn überhaupt die Lebenswirklichkeit dar? Und so weiter. Daraus haben wir wahnsinnig viel gelernt. Das ist keine Kopfgeburt, sondern es ist wirklich aus dem Feld heraus die ganzen Learnings integrieren, in die Plattform encoden und dann verfügbar machen für alle anderen. Und das hat am Anfang wahnsinnig viel Manpower benötigt, weil dieser Innovationseffort, der stattgefunden hat, wie gesagt, das kam aus dem Feld. Das wurde alles in die Plattform dann encoded, wenn man so will. Über die Zeit jetzt, und es ist gelungen, das rapide zu senken, weil, um es ganz klar zu sagen, wir sind keine Beratungsbude. Wir sind eine Softwarefirma. Und wir haben einen Anspruch natürlich auch daran, gemessen zu werden, dass wir eine Softwarefirma sind. Das heißt, der größte Mehrwert soll sich über unsere Produkte, unsere beiden Primären, also Foundry, Goffin und dann Apollo als unsere sogenannte Silent-Plattform im Hintergrund, darüber wollen wir uns definieren. Darüber wollen wir Geld verdienen. Und diese Notwendigkeit der Forward-Deployed Engineers, die ist rapide abgebaut worden. Das heißt, über die wachsende Zahl der Kunden und Foundry wird ja im Übrigen auch im Regierungsbereich eingesetzt. Also das amerikanische Militär nutzt es für Logistik, Supply Chain und so weiter und so fort. Irgendwann nimmt das eine eigene Dynamik an. Und insofern ist der Bedarf für Forward-Deployed Engineers rapide gesunken. Wir arbeiten weiter daran und unser Kern, das, was natürlich unsere Traumvorstellung ist, out of the box. Das heißt, man bekommt es, ist es absolut selbsterklärend und der Bedarf für Forward-Deployed Engineers geht dann nahe Null. Und wir experimentieren das ja jetzt gerade auch mit Palantir for Builders, weil wir glauben, dass die Plattform, das ist kein Monolith. Ich kaufe nicht SAP für mehrere hundert Millionen Euro, sondern wir sind der festen Überzeugung, dass Foundry auch für sogenannte Day-Zero-Companies einen Mehrwert stiften kann, indem es deren Betriebssystem wird. Und ganz kurz ein paar Sachen übersetzen. Also Day-Zero heißt quasi, man gründet jetzt ein neues Unternehmen und ist eben noch kein Volkswagen oder keine deutsche Telekom. Und da gibt es jetzt ein Programm von euch, wo ihr sagt, genau das, das Programm ist oder die Plattform ist mittlerweile so gut zugänglich, als dass auch sogar Startups damit vom ersten Tag an direkt ihre Daten strukturieren. Damit halt eben natürlich auch beim Startups hat weder das Budget noch irgendwas, dass ihr da Engineers hinschicken könnt. Das heißt genau das, die Transition von großen Beratungsprojekten, die dann die Software nutzen, hinzu die Software ist quasi mit einem Swipe von einer Kreditkarte, was ja so immer quasi der Traum von Software as a Service ist, möglich. Diese Transition ist gestartet. Man sieht es auch daran, dass Startups das Ganze jetzt schon nutzen können. Gibt es dort auch schon Startups, die das tun oder ist das erst ein Plan? Nein, es gibt es schon. Also wir haben gestartet mit einer ersten Kohorte, wenn man so will, also mit der ersten Gruppe von Startups. Das sind alle Startups, die von ehemaligen Palantarians gegründet wurden. Das haben wir bewusst so getan, weil wir schauen wollten, okay, wie funktioniert das? Wie wird das angenommen? Da konnten wir darauf setzen, dass die schon ein Stück weit wussten, woraus sie sich einlassen. In der zweiten Kohorte sind jetzt schon, also in der zweiten Runde sind jetzt schon Startups dabei, wo keine former Ex-Palantarians dabei sind. Und das funktioniert extrem gut. Also auch da wieder der Punkt, das intuitive Handling, die Möglichkeit, wirklich sofort damit zu arbeiten. Das war ja immer Kernbestandteil unserer Value Proposition. Und das sehen wir natürlich jetzt hier auch. Und der Vorteil für Startups ist, man zahlt nicht eine immense Lizenz dafür, dass man dann hoffentlich damit performant arbeiten kann. Sondern, nee, wir stellen das zur Verfügung. Und unser Kalkül ist natürlich, also wir machen das ja nicht altruistisch, sondern unser Kalkül ist, dass wir davon überzeugt sind. Du hast das Modell auch von AWS und so weiter und Microsoft und anderen, die einfach sagen, pass auf, wenn du ein Startup bist, dann kriegst du erstmal, ich glaube sogar 100.000, wenn das falsch ist, gerne auch in die Kommentare. Aber du kriegst große Mengen an Cloud sozusagen erstmal umsonst. Und das rechnet sich sehr, sehr gut, kann ich hier in unseren Unternehmen sagen. Genau, weil wenn du einmal auf einer Plattform bist, dann genau, ist es auch deine Plattform, ja. Genau. Ja, und das Ziel ist ja eben, gerade ich habe es schon gesagt, wir leben in einer hyperdisruptiven Welt. Schnelligkeit ist ein Riesenthema, sowohl für die Großen. Also wir lieben ja komplexe und wirklich schwierige Umfelder, sowohl bei Behörden als auch bei Unternehmen. Aber, also deshalb sind wir natürlich immer froh, wenn große Komplexe, wenn es mit großen komplexen Datenlandschaften und so weiter zu tun haben. Aber am Ende, die in die Lage zu versetzen, schnell agil agieren zu können, ist eine Sache. Startups in die Lage zu versetzen, schnell zu skalieren, schnell anzugreifen, ist eine andere Sache. Also für uns ist es immer irgendwo ein Win-Win, weil unsere Plattform das ermöglicht, wirklich schnell zu agieren, schnell anzupassen. Und im Übrigen einen Punkt zum Thema Sicherheit, Datenschutz, sollten wir vielleicht auch noch zwei, drei Sätze zu sagen. Das Thema ist ja auch, also wie kann ich denn schnell agieren? Nicht nur schnell Daten integrieren, ist auch ein Thema, aber insbesondere wenn es um Use Cases geht, wie gelingt es mir eigentlich über verschiedene Silos, über verschiedene Unternehmen, vielleicht auch unter Unternehmensgrenzen hinweg, arbeiten zu können. Das setzt ja voraus, dass ich in der Lage bin, Berechtigungskonzepte zu erstellen, dass ich das Thema Datenschutz, Sicherheit ganz schnell implementieren kann, damit ich sicher gehen kann, dass wenn ich Daten teile, ich immer Kontrolle darüber habe, was passiert mit den Daten. Wer arbeitet mit den Daten? Kann ich, im Notfall gibt es sowas wie einen Killswitch, automatische Löschfristen oder dergleichen. Das ist alles bei uns native in der Plattform integriert und geht wirklich auf Knopfdruck. Ich kann diese Berechtigungskonzepte sofort erstellen. Anderswo wird das häufig angeflanscht, programmiert, wie auch immer, kostet wahnsinnig viel Zeit. Sehr gut. Vielleicht noch zwei Fragen. Du bist ja für Deutschland zuständig. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, was ihr so in Deutschland hier vorfindet, wie die Response ist? Gibt es besondere Herausforderungen im deutschen Corporate-Umfeld und vielleicht auch im Start-up-Umfeld? Das interessiert vielleicht auch den einen oder anderen. Ja, also in der Tat ist, wir haben ja, wir sind jetzt, wir sind in Deutschland seit ein paar Jahren aktiv. Wir arbeiten für ein paar namhafte DAX-Kunden, aber wir haben bisher, wir waren immer sehr stolz darauf, dass wir keine, wir sind keine Sales-Organisation. Wir merken natürlich auch, dass es besser wäre, wenn man das Thema mal anpasst. Aber wir waren immer sehr stolz und sind auch sehr stolz darauf, dass wir in überwältigem Maße eine Engineering Company sind, die wirklich mission-driven ist. Also wir haben, das ist etwas, im Amerikanischen sagt man immer Skin in the Game. Also wir sind da wirklich investiert, dass die Software funktioniert, dass wir einen Unterschied machen können. In Deutschland haben wir es mit verschiedenen Herausforderungen zu tun. Ganz klar, das sehen wir an unterschiedlichsten Stellen. Wir haben es mit einem Markt zu tun. Wir reden wahnsinnig viel über Digitalisierung, aber es ist eine recht buzzwordlastige Diskussion. Also, was das eigentlich bedeutet, was das mit sich bringt, wo die wirklichen Problemstellungen liegen und so weiter und so fort. Da fehlt häufig einfach das Verständnis. Das ist schwierig, weil wir ja gerade sagen, ich glaube, es ist immer einfacher, wenn wir jetzt um die Ecke kämen mit irgendwelchen fancy AI-Anwendungen oder dergleichen, ist es fast leichter, Gehör zu finden, als wenn man sagt, vielleicht fangen wir mal mit den Basics an. Vielleicht machen wir erstmal die Hausaufgaben richtig und dann können wir uns über die Kür unterhalten. Aber dadurch, dass wir ja nun mal, also unser, wir, wir, wir sagen wirklich, am Ende erzählt das Ergebnis. Und das Ergebnis setzt voraus, dass wir unsere Hausaufgaben machen, dass wir, dass wir die Dinge richtig gestalten. Aber kannst du in Deutschland mal so, darfst du Kunden nennen in Deutschland? Ja, ja, Airbus ist ja beispielsweise ein Kunde, Merck ist ein Kunde von uns. Wir haben noch ein paar weitere, aber da, da bin ich jetzt nicht sicher, ob wir sprechen können oder nicht. Okay, also wenn ich das mal zusammenfassen darf und dann bitte korrigiere mich. Palantir ist ein Datenbetriebssystem, also wir haben halt ganz viele verschiedene Systeme, die Daten generieren, von einem hochkomplexen ERP, CRM und so weiter bis hin zu einer Excel-Tabelle. Palantir bringt das Ganze auf eine gemeinsame Plattform, dann kann ich daraus selber Interfaces bauen, also zu sagen, was will ich, welche Darstellung von diesen Daten will ich eigentlich haben und dann genau mein Flugzeug oder meine Produktionsstraße zu sehen. Ihr baut dieses Interface oder das kann ich mit euch bauen und macht dann auch konkrete Actions dahinter, wo ich sage, habe das und das Bauteil ausgetauscht, das geht dann in die Plattform zurück und dann sieht man auch danach, wird danach das Auto oder das Flugzeug oder was auch immer halt funktioniert oder muss ich danach das andere nochmal austauschen. Und das wollt ihr als Plattform ähnlich wie ein, ja, wie jetzt zum Beispiel ein Office für frühere Anwendungen, wo ich halt Tabellen und so weiter gemacht habe, ist das jetzt eure Revolution zu sagen, das ist die Business, das Business Data Operating System und man kann darauf dann AI anwenden zum Beispiel, das ist überhaupt die Basis dafür. Ihr habt auch eigene teilweise AI Technologie, aber das ist nicht eure Kernkompetenz, sondern die Kernkompetenz ist genau das zu enablen, weil man überhaupt sagt erstmal, wir haben so viel getrennte Datensilos, die bringen wir zusammen, dazu haben wir das Interface, die machen wir Actionable und dann, wenn man dann ganz spezifische AI einsetzen kann, wird das halt möglich auf Palantir. Genau, absolut. Und wir sagen, also Betriebssystem ist absolut richtig, weil eben in der Tat, je nach Kenntnisstand, also wir haben bei Airbus beispielsweise, wird Foundry wirklich genutzt als Plattform für eigenes, da werden eigene Applikationen drauf, da wird drauf gecodet, drauf programmiert. Das ist alles möglich. Bei anderen Kunden beispielsweise wird dann eben mit der Plattform gearbeitet, es wird dann von IT vordefiniert und dann können die Entscheider am Band beispielsweise, wenn sie das wollen, eben mit Low-Code, Low-Code eigene Applikationen bauen, aber in der Regel ist es da. Für eine spezialisiertere Anwendung. Genau, richtig. Also es ist für alle Anwender, weil das ist ja das Problem. Ich habe natürlich ein gewisses, manche haben ein deutlich technisches Verständnis, manche haben kein technisches Verständnis. Am Ende müssen aber alle in einem Unternehmen zusammenarbeiten. Und wenn ich ein Betriebssystem habe, das den Anspruch hat, eben vollumfänglich und integriert und interoperabel zu sein, dann muss ich dem ja gerecht werden, weil ich will ja, dass die Leute alle damit arbeiten. Also insofern total richtig. Ein Punkt, der da total wichtig ist, ist das Thema Datenschutz, weil auch da ist es eine Sache, alle Daten zusammenzubringen und auch Sicherheit. Das ist ja die große Furcht, wenn ich so eine Plattform habe und ich bringe alle Daten da drauf, dann kann das ja potenziell auch ein Hacker sehen, richtigerweise. Das heißt also, die Anforderungen an Sicherheit sind enorm. Und ich bin der persönlichen Überzeugung, dass das Thema Cyber Security in Deutschland bei weitem noch nicht den Stellenwert in der öffentlichen Debatte bekommen hat, den es haben sollte. Das heißt, auch da Sicherheit ein immenses Thema. Sicherheit kann ich aber auch immer nur dann am besten gewährleisten, wenn ich einmal weiß, wo liegen denn überhaupt meine ganzen schützenswerten Daten etc. Wenn ich das nicht weiß, dann schleicht man sich rechts, links und man weiß, wo rein. Das ist nicht gut. Datenschutz, anderes Thema. Wir legen unfassbar viel Wert auf Datenschutz. Wir haben alle Konzepte, die dort diskutiert werden von Purpose-Based Access Control über automatische Löschfristen etc. pp. Alle sind in der Plattform. Das heißt, ich kann wirklich bis auf Attributsebene definieren, wer darf welche Informationen sehen und ich kann es nachhalten. Also das ist etwas, was im Datenschutz heutzutage kaum thematisiert wird. Wenn ich eine Softwarelösung wie die unsere, aber auch andere kritisiere, dann muss ich ja davon ausgehen, dass der Status Quo besser ist als diese Lösung, die da kritisiert wird. Der Status Quo ist ja in der Regel so, ich nehme jetzt mal meinen ehemaligen Arbeitgeber SAP, so häufig hat man sensitive, sensible Daten, vertrauliche Daten in irgendeiner Excel-Tabelle liegen. Die liegen dann vielleicht sogar auf dem Desktop. Keiner hat Einsicht darüber, wie häufig diese Excel-Tabelle kopiert wurde oder verschickt wurde etc. pp. Das darf natürlich nicht sein. Das heißt, eigentlich brauche ich eine solche Softwarelösung, um überhaupt mal ein Gesamtbild darüber zu haben, wer hat eigentlich wie wo mit meinen Daten, mit den Daten gearbeitet. Und viele Datenschutzbeauftragte schätzen im Übrigen die Software von Palantir, weil sie es ihnen deutlich leichter macht, nachzuvollziehen, was ist eigentlich wann wie wo mit den Daten passiert. Wer hat sich wann wie, heute arbeiten ja meistens mit Logfiles. Logfiles sind nicht unbedingt intuitiv zugänglich. Das heißt, ich muss mir da wirklich Gedanken zu machen, wie komme ich an die Informationen. Mittels unserer Software kann man genau sehen, wer hat wann wie wo mit welchen Daten gearbeitet, wer hatte die Berechtigung, welche Berechtigung werden neu erstellt und so weiter. Und so passiert dann eben auch sowas nicht wie in Frankfurt, dass sich einer einloggt in den Polizeicomputer und plötzlich verschwinden irgendwelche Adress- oder werden Adressdaten gezogen und keiner weiß, wer es war. Das darf nicht passieren. Okay, letzte Frage. Wo siehst du Palantir in fünf Jahren und vielleicht kannst du ein bisschen eure Vision zum Abschluss nochmal beschreiben. Also wir sind absolut davon überzeugt, dass das Thema Disruption, auch Krise leider muss man sagen, Wandel, nichts an Aktualität verlieren wird. Wir leben in einer hyperdisruptiven Welt. Das heißt, diese Grundidee, die ich eingangs skizziert habe, das Common Operating Picture, immer wieder vollumfänglich und bestmöglich informiert Entscheidungen zu treffen und dann aber auch schnell zu operationalisieren. Das wird häufig unterschlagen, aber das ist die zweite Seite der Medaille. Es reicht nicht, gute Entscheidungen zu treffen. Ich muss sie auch schnell operationalisieren. Dafür brauche ich alle Leute im Feld. Die müssen damit arbeiten können. Und wir sind davon überzeugt, dass das nur an Aktualität gewinnen wird. Darauf arbeiten wir extrem stark hin. Darauf haben wir die letzten 17 Jahre hingearbeitet. Deshalb haben wir uns das Recht, uns dazu zu äußern und uns in die Debatte einzubringen, auch wirklich redlich verdient. Das wollen wir auch jetzt zunehmend tun, weil du hast die Probleme in Deutschland angesprochen. Ganz sicherlich gehört dazu, dass wir in Deutschland nicht die beste Reputation genießen und wir haben auch unseren Beitrag dazu geleistet. Aber wir sind auch der festen Überzeugung, dass es für alle Vorbehalte sehr überzeugende, gute Antworten gibt, um an der Stelle nochmal zu sagen, wir sind keine Datenkrake. Wir arbeiten nicht mit Daten. Wir besitzen keine eigenen Daten. Und wir überwachen im Übrigen auch niemanden. Also das Potenzial ist enorm. Das Potenzial ist riesig. Der Bedarf ist riesig. Und wir gehen davon aus, dass wir auch in den kommenden Jahren mit über 30 Prozent jährlich wachsen werden. Wir sind gerade dabei, eine Sales-Organisation aufzubauen. Auch in Deutschland haben gerade jemanden gefunden, der das europaweit für uns aufbauen wird. Magst du den jetzt mal nennen? Bitte? Magst du den schon nennen? Ich weiß gar nicht, ob das schon öffentlich ist. Wir können es ja in die Shownotes packen. Ja, also wir sind absolut zuversichtlich, dass wir da einen enormen Beitrag leisten können. Und dementsprechend haben wir, wir rechnen im Übrigen immer sehr konservativ, was unsere Wachstumszahlen angeht. Und wir haben überhaupt keinen Zweifel, dass der Bedarf da wachsen wird. Und im Übrigen vielleicht noch einen Punkt, weil das immer so genannt wird, als da kommen jetzt die Amerikaner und eigentlich müssten wir doch gegen die Amerikaner. Wir haben überhaupt gar keine weiteren Interessen als deutschen Unternehmen dabei zu helfen, die digitale Transformation zu meistern. Wie gesagt, wir monetarisieren keine Daten. Wir haben nicht das klassische Geschäftsmodell des Silicon Valleys. Wir sagen immer, building on the shoulders of giants. Nutzt die Technologie, die da ist, um eure Wertschöpfung, um eure USPs in die Zukunft zu transferieren. Der Gründer spricht übrigens auch fließend Deutsch. Hat auch, glaube ich, länger in Deutschland studiert. Hat innoviert in Frankfurt. Genau. Also auch sehr, sehr eindrucksvoll, genau, ihm dazu zu hören. Also genau, es ist eigentlich ein internationales Unternehmen. Klar, es hat natürlich den Sitz in den USA, aber ich sehe es auch nicht als klassisches, die wollen America first, sondern ganz im Gegenteil. Das ist eine ganz andere Philosophie, die er erlebt und auch ausstrahlt. Ja, Jens, also es ist ein Teil unseres Portfolios in 10xDNA. Das wird es auch bleiben und wir hoffen sogar auch noch auf mehr als 30 Prozent Wachstum. Das werden wir jetzt mal sehen. Und von daher nochmal vielen Dank, dass du den Zuhörern, das heute nochmal näher gebracht hast, das Unternehmen. Und wir finden es natürlich immer super, wenn wir nicht nur selber, wir haben auch ein Papier dazu unter 10xDNA.com veröffentlicht, sondern auch quasi direkt mit der Quelle sprechen kannst. Das wissen wir sehr zu schätzen. Vielen Dank. Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, auf bald. Ciao, ciao.